Jo Leute, willkommen zurück zu mehr Spielermodus von Call of Duty Infinite Warfare. Und? Du! Alter, der hat mich gelähmt. Ich darf auch direkt speichern. Was? Ich kann nur die Toilette. Okay, mach das erst. Ey, jetzt bin ich fünfter. Toll. Nur weil ich kurz AFK war. Okay, ich komme, ich komme. Granate! Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab ihn. Au. Alter, bei Call of Duty. Dann, da stirbt man so viel, so oft. Ich weiß, es ist... Ich werd stoppen. Ich bin... Oh, wir haben gewonnen? Ja. Ich hab den letzten Kill gemacht. Niemals. Okay, noch 20 Minuten. Dann hören wir auf. Oh mein Gott. Ich muss kurz... Hä? Ich hab mich auch daran helfen gemacht. War ich denn dritter Platz? Hä? Wie kann ich was machen? Ich kann nix machen. Das geht nur... Von Platz 1 bis... Äh, beides. Achso. Cool. Ich hab Partikelboost. Ich dachte, die Missionsanforderungen... Warum ist klar gewesen? Geil. Was will ich haben? Jetzt kannst du mir aber eine Piste kaufen. Ja. Warte. Ich hab Limette bekommen. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Oh mein... Nr. 1 Geste. Ripley... Relay fast. Das ist doch das Wichtigste, oder? Und... Oh mein Gott. Ich hab ne richtig geile Sniper. Ne Maschinenpistole. Ne... Ne... Trencher Inflitator. Ey. Ich glaube ich hol mir das Spiel. Ich... Ich... Ich glaube ich hol mir das Spiel. Warte. Ja. Ich glaube ich hol mir das Spiel. Warte. Position. Gleichweite. Schussweite. Drei Schuss salve. Automatik. Ok. Automatik ist immer gut. ich hab mich steht locker bekommen ja ja das spiel ist so hammer vielleicht wo ich mir wirklich oder soll ich mir drei holen weiß man nicht weiß nicht ich weiß nicht nämlich diese waffe weil es ist geil ja ja was ist besser hat immer also somit haben wir jetzt gefällt mir bei beiden gleich aber mehr spieler gefällt mir ja dann das black ops 3 im nehmen wo ich mir black ops 3 ich koste dem der gruppe black ops aber auch so mein grund hat mich hier hole oh mein gott aber so schlecht genau so schlecht wie ich also ich bin ja nun sozusagen oh mein gott 21 habe ich schon ja alter ist er gemein ich habe hier unten ist niemand ja doch einer war ich hier aber ich bin ich habe keine quote genau das richtige schwitzer hier ne deswegen bei black ops sind die auch nicht so welche schwitzer manche ab 1 die genug ach so dann kannst du sie dann fertig machen ne deswegen hätte ich mir ja dann hole ich mir black ops 3 ja dann hole ich mir black ops 3 ich koste dem black ops 3 oh mein gott hat er sich hingekämmt oh mein gott was mein gott ist ich kann das machen oh mein gott ich ich habe so eine quote ups 29 prozent oh mein gott aber das spiel ist eigentlich zu schnell ne für einen meine ich los weiß was mein oder ach komm ich habe schon acht kills äh acht tote was ist kampffokus was bringt das 22 prozent habe ich die genauigkeit ich habe ich habe zwei kills und zehn tote naja zwei kills nur ja zwei kills nur zehn tote drei kills ist es dein ernst genau so ein bastard okay was ist das hast du gerade gesehen nein habe ich nicht oh mein gott ich will meine rache haben wo seid ihr okay ich sehe ich sehe schon alter hat mich gerade so erschrocken ich war das eine granate rein auffassen oh ich habe ihn getötet mit granate mein ich habe 33 prozent okay 33 oh mein gott oh mein gott digga granat rein oh mein gott ich habe ihn ich habe ihn geholt aber die kommen immer von der seite ne ich habe 5er abschussserie fünf kills nur zu sterben oh mein gott niemals sechs kills nur zu sterben niemals ja ich habe eine drohne aktiviert ja ich kann gleich eine drohne aktivieren schneller was was oh mein gott ich brauche eine schrubflinte noch was bringt eigentlich die pistole was bringt die pistole oh mein gott hallo x1 scheiber was bringt die pistole gar nicht achso ja du kannst damit doch auch leute ja aber ist sie schneller als ja geht ja ne ganz normale waffe nur ein bisschen stärker 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 ok ich 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 komme immer von tier alter kommt mit schrubflinte an ich hab schon 20 tipps warum drücke ich immer die taste hallo nein ich bin offline alter warum bin ich ganze zeit offline ich weiß nicht warum ich immer die taste drücke so ja ich glaube ich habe mich fast selber getötet ich habe 16 tote und 6 kills seit wann habe ich 6 kills bei mir achten fick jetzt ich habe oh mein gott warte wo bist du oh mein gott so einsucht die mal leber von beiden seiten deine beste runde ja wir haben verloren wir brauchen nur ein kill wetten ich bin es ne ist ein anderer 23 18 dann guck mal ich stehe da hinten ich stehe da hinten schade schade zweiter platz gewesen ach schade ey aber wir können doch noch eine Runde machen glaube ich oder und dann machen wir Schluss ja nice muss kurz gucken ah Maschinenpistole warte mal meine sekundärwaffe sekundärwaffe will ich kann ich eine andere nehmen warte plasmagranate nice äh quartier meister wie viel schluss habe ich zwölf ja dann kommt ihr doch eine Truhe ja kauf ich mir gerade äh und währung und so ist währung ok wir müssen schluss machen ah ok dann spiel ich alleine ne jo bis dann ich geh essen bis später ab rein ciao ok ok eine Runde noch Leute und dann war's das was bin ich äh die waffe gut naja was mit xm scheiwa ist rausgegangen ja ja er ist weg so komm schon komm schon noch einmal noch einmal niemals oha ok wartet schnell weg vom auto die autos sind gefährlich hier ok ich wollte es nur mal testen äh so da nichts wie hin moment und auskampf ach komm wenigstens hab ich einen kill jep oh ich bin letzter platz oh toll oh ja und ich komm von hinten so ok ich weiß nicht wie das geht aber ja von hinten nett so wie in der Axt oh wir gewinnen ja sehe ich gerade na du ich gehe hier ne weiß auch nichts dagegen oder ok ich sehe andere spiele eigentlich auch die spiele das spiel so wie ein Profi ok so eine granate ach komm das war nett oh my god ich bin das schlechtes hier nur weil ich hier noob bin ok dann helfe ich ihm mal oh mist ok das war gut und was war das denn gerade ok es war dumm aber hauptsache jemand stirbt jetzt hoffentlich nein nein ok ok ach man ich setz gleich ich hoffe ich schaffe es verbündete Drohne unterstützung aktiv komm ok nächstes mal werfe ich eine granate verbündete Drohne online ich hab ihn nicht aber wie hat er mich gekillt alter gemeinheit ok ich seh die wie zur Hölle hat er mich bekommen wartet was wie gemein ok nach dieser Runde hören wir auf ok ach man wenigstens habe ich einen ich habe 13 tode die meisten hier ich weiß nicht warum ist hier auf einmal so lag und wo ach komm wie gut ist der ich lege ich hier ich lege ich hier ich lege ich hier ich habe verstanden ich habe schlechtes internet ok ich habe einen ok habe ich ihn na du warte bist du hier drinnen noch ne ne ich bin wochen ach so ey ich beende gleich und dann können wir offenen äh vornalspielen ne 515 steht es gerade bei mir perfekt ok 615 ok was ey einer ist so gut ne ich weiß nicht wie er heißt er kennt mich einfach mit einem sniper benutzt als wäre es eine schrofflinse ist so gut aber ich bin ja es ist so gut du bist du so gut oh nein ich hatte ihn fast 17 6 stets bei mir und ich lege 17 6 17 6 bei mir also nee 6 17 und wir haben gewonnen ja schön geschafft aber ich glaube ich um die büro 3 naja ich wollte ja gucken ja guck mal willst du mit 1 was willst du mit einem zombie maps allen ja mit einem dc tags ja sag mal wie viel kostet glaube ich verlassen ok leute ich würde sagen ich beende jetzt mal die folge also leute bis dann bis zum nächsten mal und tschüss